Von oben kann man besser sehen, ich glaube auch die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten durchaus dazu geeignet, mal die Vogelperspektive einzunehmen und verschiedene Themen, die in den Schlagzeilen momentan diskutiert und dargestellt werden, genauer zu beleuchten. Zunächst das Thema finanzieller Stress im Finanzsystem und auch die Überraschung steigender Renditen. Was Sie hier sehen, ist der Indikator, der von der Europäischen Zentralbank berechnet wird. Hier versucht man den systemischen Stress im Finanzsystem abzubilden. Sie sehen, dort haben wir sehr hohe Level erreicht, beispielsweise damals im Rahmen der Hypotheken- und Finanzkrise, dann im Rahmen der Euro- und Griechenlandkrise. Danach kam Mario Draghi mit Whatever It Takes und hat das System beruhigt, wir haben alle Probleme in Liquidität ersoffen. Das Ganze hat in einem massiven Anlagenotstand geendet. Sie alle kennen die aktuellen Entwicklungen an den Immobilienmärkten, die wir beobachten durften. Und jüngst im aktuellen Umfeld durch Corona und auch die OECD-Themen, also auch dieses Ölpreisschock-Thema, was uns hier auch bewegt, sehen wir hier einen massiven Anstieg. Dementsprechend die Aktivitäten der Europäischen Zentralbank, genauso wie auch die anderen Maßnahmen der Bank of England oder auch der US-amerikanischen Notenbank, die sind nicht nur in erster Linie dazu da, die Konjunktur zu retten. Im ersten Schritt gilt es darum, das Finanzsystem zu beruhigen. Diese Beruhigung natürlich auch wichtig, um Verwerfungen zu verhindern, das Bankensystem am Laufen zu halten und dementsprechend auch sicherzustellen, dass das Bankensystem das erfüllen kann, was für die Realwirtschaft wichtig ist, eben auch Kredite und Ähnliches zu vergeben und am Ende des Tages vielleicht auch die Pleite von schwach aufgestellten Instituten zu verhindern. In einer Stresssituation würde man erwarten, dass die Renditen von sicheren Anleihen zurückkommen. Steigende Kurse bedingen typischerweise fallende Renditen. Das ist im aktuellen Umfeld nicht geschehen. Was Sie hier sehen, sind in blau die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen. Da sehen Sie, die sind zwar noch negativ, das heißt, der Staat kann sich immer noch zu unter 0% refinanzieren, wenn er aktuell Anleihen ausgeben kann zu diesem Niveau. Aber was wir auch sehen, die Rendite war schon deutlich niedriger, rund 0,8% ist also jüngst angestiegen. Auch die Hypothekenpfandbriefe, das durchaus wichtig für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht eine Baufinanzierung planen, das immer mal im Blick zu halten, weil typischerweise das auch ein Indikator für die Finanzierungszinsen bei der privaten oder auch der gewerblichen Finanzierung, also auch hier dieser Zinsanstieg zu bemerken. Das heißt, wir sehen hier, dass die Anleihen nicht das getan haben, was man erwarten würde. Sie sind eben nicht im Preis gestiegen, sondern sie sind im Preis gefallen. Und das führt doch zu einigen interessanten Entwicklungen, die wir uns bei Anlagestrategien anschauen können. Was Sie hier zunächst sehen, das sind Allokationsmodelle, die versuchen Risiken gleich zu gewichten. Das heißt, die Idee ist, wir wissen, dass Aktien 5- bis 6-mal so stark schwanken wie sichere Staatsanleihen. Also müssen wir uns beispielsweise 85% Anleihen ins Depot legen und 15% Aktien, damit diese Verteilung dazu führt, dass im Ergebnis die erwarteten Risikobeiträge, wie die Fachidioten sagen, zu 50% jeweils aus den beiden Anlageklassen kommen. Wie Sie hier sehen, das Ganze hat jüngst nicht hervorragend funktioniert. Wir sehen diese Modelle hier ein beispielhafter Fonds mit einem deutlichen Abschlag, runter 17% in diesem Corona-Crash verloren. Was wir sehen, also zum einen eine steigende Schwankungsbreite bei den Anleihen, eine steigende Schwankungsbreite bei den Aktien und dazu ist auch noch der Gleichlauf zwischen diesen beiden Anlageklassen gestiegen. Also wenn Sie so wollen, ein perfekter Sturm und dementsprechend sieht man auch, wie stark sich die besondere Situation am Kapitalmarkt hier bei den verschiedenen Modellen ausgewirkt hat. Das Ganze gilt natürlich auch für klassische Modelle. Hier mal vier Strategien, die sich insbesondere bei der Aktienquote unterscheiden. Sie können das hier jeweils sehen, von 30% in Orange bis 90% in Rot und auch hier sehen Sie die Entwicklung relativ gleichgerichtet, das heißt relativ unabhängig davon, wo man auf der Welt investiert war, also sprich in welchen Regionen, respektive wie hoch der oder wie die Mischung bei den Anleihen war. Es wurde erstmal alles am Markt abverkauft, auch Gold ja mit entsprechenden Bewegungen. Bitcoin, auch dieses Thema haben Sie mit Sicherheit verfolgt, hat mit Sicherheit bewiesen, dass es keine sichere Fluchthafen darstellen kann. Und dementsprechend, wenn Sie momentan in das Portfolio blicken, dann werden aus diesen abstrakten Kommentaren und den abstrakten Indexständen, die man häufig sieht, dann doch sehr reale Zahlen. Also beispielsweise bei einer Aktienquote von roundabout 90% sehen Sie hier aktuell einen Verlust von ungefähr 25%. Defensivere Strategien vielleicht hier oben mit 15 bis 16% Verlust. Aber auch das muss man ja sagen, wenn man sich einige Schwergewichte anschaut, die hier am Markt sehr stark auch vertrieben worden sind von Finanzinstituten, vielleicht auch als Tagesgeldersatz und ähnliches, da kam jetzt sehr schnell ein Realismus rein. Und dementsprechend, dieser Aspekt auch für die Zukunft, der gilt weiterhin. Lassen Sie sich durch niedrige Zinsen, weil wir werden weiterhin mit niedrigen Zinsen konfrontiert sein, nicht in den Anlagenotstand hineindrücken, sondern nehmen Sie niedrige Zinsen, niedrige Renditen, vielleicht auch die Angst vor steigender Inflation, eher als Anlass, sich grundlegend mit Ihrer Finanzplanung und Vermögenstrukturierung auseinanderzusetzen. Ein anderes Thema, was momentan natürlich durch die sozialen Medien geistert, das sind die schwarzen Schwäne. Sie wissen, Nassim Taleb ist mit diesem Begriff berühmt geworden, einige Bücher auch geschrieben. Und ich möchte speziell mal hier zwei Strategien zeigen, die jüngst sehr stark von dieser Entwicklung durch das Coronavirus profitiert haben. Was Sie hier sehen, hier oben, das ist ein ETF, der auf eine steigende Volatilität setzt. Ein sehr komplexes Produkt, tendenziell nur für institutionelle und professionelle Anleger geeignet. Und auch die haben ihre Schwierigkeiten, den zukünftigen Verlauf abzuschätzen. Wirklich technisch recht komplex. Was Sie hier in Dunkelblau sehen, das ist ein ETF, der auf steigende Kreditrisikoprämien setzt. Also wenn Sie so wollen, darauf, dass man davon ausgeht, dass die Bonität von Unternehmen zurückgeht, dass die Anleihepreise von Unternehmen mit schwächerer Bonitäten hier steigen. Das heißt, man setzt eigentlich auf die Gegenseite im Gegensatz dazu, dass man eben Hochzinsanleihen kauft. Und Sie sehen schon hier, der globale Aktienmarkt hier mit minus 31 Prozent. Das sieht recht niedlich aus, liegt aber natürlich auch nur an der Skala, weil eben unser Black Swan ETF hier runter 250 Prozent plus gemacht hat. Das Ganze sieht man jetzt natürlich auch in der Werbung. Da klopfen sich die einen oder anderen Anbieter auf die Schulter und sagen, wir haben es immer gewusst und wir haben sensationelle Strategien. Teilweise auch Privatanleger suchen bewusst natürlich auch nach Strategien, die diese exorbitanten Bewegungen zeigen. Und um das Ganze auch nochmal hier einzuordnen, hier der langfristige Vergleich, also einfach mal auf Sicht von fünf Jahren dargestellt. Und was Sie jetzt hier oben sehen, der globale Aktienmarkt, auch nach dieser massiven Korrektur nach unten immer noch mit einem Minus von nur in Anführungsstrichen 6 Prozent. Dieser ETF auf die steigende Volatilität auf Sicht von fünf Jahren 50 Prozent im Minus. Und auch diese Strategie auf steigende Kreditrisikoprämien bei minus 14. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Es macht überhaupt keinen Sinn, solche Krisenstrategien, die nur in sehr kurzen und sehr konkreten Phasen am Kapitalmarkt funktionieren, dann zu feiern, wenn wir gerade in der Krise sind. Man muss es langfristig betrachten. Man muss insgesamt hinterfragen, ob man solche Situationen wie jetzt mit dem Coronavirus oder damals mit Lehman Brothers oder damals auch im Platzen der Internetblase das Ganze timen kann. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, solche Krisenstrategien nur im Moment der Krise zu begutachten. Das wäre genauso sinnfrei, wie wenn Sie eine sehr offensive Hochrisiko-Aktienstrategie im Moment des Allzeithochs am Aktienmarkt bewerten würde. Es wäre typischerweise eben nur eine kurzfristige Betrachtung. Es wäre mehr Marketing als sachliche Einordnung. Und dementsprechend gilt auch in diesem Umfeld, bleiben Sie da im Endeffekt objektiv, lassen sich nicht immer ein X für ein U vormachen. Schauen Sie auf die langfristigen Entwicklungen. Das soll nicht heißen, dass Absicherungsstrategien keinen Sinn machen, sondern dass man sie natürlich im Kontext einer sinnvollen Gesamtvermögenstrategie hier bewerten muss. Wenn es um das Thema Gesamtvermögenstrategie geht, dann wird aus diesem Begriff schon klar, dass das Portfolio und die Zusammensetzung der Vermögensklassen nicht nur auf Meinungen basieren sollte. Der Ausgangspunkt sollte Ihre konkrete Vermögenssituation sein, der Anlagehorizont, auch weitere Vermögenswerte, die vielleicht im Vermögen vorhanden sind, die sollten einbezogen werden, um hier dann letztendlich eine Strategie zu finden, die auch langfristig den persönlichen Präferenzen gerecht wird und nicht nur bei einzelnen Zeitpunkten, sei es im Hoch oder sei es im Crash, irgendwie besonders attraktiv oder negativ dargestellt wird. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.